Ja und das ist ja auch irgendwie so vermutlich der schwierigste Punkt des Ganzen oder wo man das eben festmachen kann, weil es bleibt immer diese menschliche Ebene drin, also du kannst alle Ausbildungen der Welt machen, aber vielleicht hast du nicht das Talent, um entsprechend mit der einen bestimmten Person und es geht jetzt gar nicht darum, dass du dann das Talent gar nicht hast, um dieser Berufung sozusagen nachzugehen oder ein Mentoring anzubieten, aber wenn die eine Person, die in einem bestimmten Fall Hilfe sucht oder Unterstützung braucht, wenn du mit der genauso, wie du es jetzt gesagt hast, nicht diesen Vibe findest, ja dann kann man das auch nicht forcieren und weitermachen und das hängt aber dann eben sehr wenig mit den Zertifikaten zusammen, sondern das hat eine ganz tiefe menschliche Ebene, die aber quasi beide Seiten irgendwie einsehen müssen, glaube ich und das ist für beide Seiten, würde ich jetzt fast sagen, unheimlich schwierig. Das einzusehen, also sowohl als Mentor als auch als Mentor, dann zu sagen, uff, da habe ich mich jetzt geirrt bei den Wünschen, die ich mir selber irgendwie gestellt habe und dann muss ich das auch wieder beenden. Da wird es halt dann wieder tricky. Hat jetzt fast wieder nichts mehr mit Mentoring zu tun, sondern mit der Philosophie dahinter, aber finde ich auch irgendwie interessant so als Gedanken. Ja. 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 Ja.